Hallo und herzlich willkommen an alle im Sternzeichen Steinbock Geborenen zu dieser Jahreslegung für 2025. Ich schaue hier auf deine Themen und Energien und bin schon gespannt, was sich da zeigt. Eine kleine Anmerkung, ich arbeite hier mit Tarotkarten und Tarot ist immer auch Licht und Schatten. Wenn du gerne einen Jahresvorausblick haben möchtest, der rein positiv ist, dann würde ich dir vielleicht raten, das Video nicht zu schauen, weil es könnte sein, es könnte sein, dass sich hier eben auch Schattenthemen verbergen und wenn man jetzt nicht unbedingt wissen möchte, dass 2025 schon wieder Herausforderungen auf mich warten, dann genau, schau vielleicht lieber ein anderes Video. Aber wenn du vorbereitet sein möchtest, wenn du mal schauen möchtest, hey, okay, was kommt da in 2025, was sind da vielleicht wieder für Herausforderungen, denen ich mich stellen darf, dann bleib auf jeden Fall gerne hier. Ich schaue für dich auf deine Jahreskarte, auf dein Jahresthema, was so für das ganze 2025 gilt, aus den großen Arcana im Tarot. Dann gibt es für jedes Quartal eine Energie und dann schauen wir auf die Lernaufgabe, einen blockierenden Einfluss, ein Potenzial, einen hilfreichen Einfluss und der Seelenwunsch, was wünscht sich deine Seele, wo du dieses Jahr, nächstes Jahr landen sollst, ja, wo dich hin entwickeln darfst. Ein Krafttier für dich und eine Edelsteinbotschaft. Und ich würde sagen, wir starten mal hier mit dem Hauptthema. Also, welche große Arcana begleitet dich denn in 2025? 2020. Die Gerechtigkeit, genau, die Gerechtigkeit und die hatten die Jungfrauen tatsächlich auch, super spannend, ja, also auch für die Steinböcke. Ein Jahr der Gerechtigkeit, des Ausgleichs. Dinge kommen in die Balance, beziehungsweise darfst du schauen, was ist denn im Gleichgewicht? Du darfst Dinge neu bewerten, neu beurteilen, vielleicht auch lernen, nicht vorschnell zu urteilen und ein kluges Urteil zu fällen. Sprich, auch immer wieder Entscheidungen zu treffen, Dinge bewerten, auch immer wieder zu gucken, wo bin ich hier, ja, wie, muss ich was nachjustieren? Und zu schauen, die Quintessenz der Karte ist, man erntet, was man sät, ja, also Eigenverantwortung zu übernehmen für das, was in deinem Leben ist, ja, es geht da nicht um Schuld oder so zu sagen, ja, ich bin schuld an meinen Lebensumständen oder an dem, was sich da zeigt, sondern Eigenverantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ja, irgendwie habe ich wohl dafür gesorgt, dass ich jetzt hier lande mit Entscheidungen, die ich getroffen habe hier und da in meinem Leben, ja, irgendwo haben wir uns ja Dinge manifestiert, ja, auch wenn wir nicht alles unter Kontrolle haben, aber so grundsätzlich, haben wir vielleicht den Wohnort gewählt, die Wohnung gewählt, das Umfeld gewählt, den Job gewählt, solche Sachen, ja, und da kann man immer mal wieder schauen, ist das noch das Richtige für mich? Fühlt sich das noch gut an, ja? Und wenn du in 2025 also merkst, nee, irgendwie bin ich hier an einem Punkt, wo ich gar nicht hinwollte oder das fühlt sich nicht gut an, ja, dann zu schauen, okay, was hat dazu geführt und was, wo kann ich jetzt vielleicht was umändern, um andere Ergebnisse zu bekommen, ja, weil hier ist es wirklich, du bekommst das Ergebnis dessen, was du in die Wege geleitet hast, ja, du erntest, was du gesät hast, Ursache, Wirkung, so, das ist dieses Gesetz einfach, ja, schauen wir mal in die einzelnen Quartale, was erwartet dich denn? Im ersten Quartal haben wir den König der Schwerter und ja, der steht schon mal auch für kluge Entscheidungen, ja, für den nächsten klugen Schachzug sozusagen. Der König der Schwerter ist sehr gut mit seinem Verstand, sag ich mal, der hat sein Element, die Luft, die Gedanken, den Verstand, der hat das sehr gut gemeistert schon, ne, die Könige, die Königin sind Meister in ihrem Element, so, das heißt, der hat es gelernt, seinen Verstand weise zu nutzen, wo vielleicht ein Bube und ein Ritter mit den Gedanken noch nicht so gut umgehen können und es da halt häufig zu Konflikten und so kommt, ist der König der Schwerter halt sehr, einfach sehr weise, sehr präsent, sehr souverän, der nutzt seinen Verstand und lässt sich nicht davon benutzen und es passt auch dann zur Gerechtigkeit hier einfach zu schauen, ja, ja, also auch mit Verstand, mit Sinn und Verstand auf das eigene Leben zu gucken, zu reflektieren und auch Schlüsse zu ziehen, ja, also auch einfach Erkenntnisse zu gewinnen und auch, ne, klug zu sein und zu sehen, ah ja, das hat dazu geführt, dass ich jetzt hier bin, okay, so, was will ich jetzt was ändern, kann ich was ändern, was mache ich jetzt damit, ja, und hier eben diese Eigenverantwortung, Eigenverantwortung für die eigenen Gedanken, die man denkt, für die Entscheidungen, die man trifft, für die Handlungen, die man tut, zu übernehmen und ja, so kann es hier im ersten Quartal eben eine Zeit sein, wo du reflektierst, wo du wirklich schaust, okay, welche Entscheidungen sind hier als nächstes zu treffen und wo du vielleicht auch lernst, deinen Verstand sinnvoll einzusetzen, ja, weil häufig sind wir wirklich unbewusst im Verstand unterwegs und wir lassen uns eher vom Verstand benutzen und das sind sorgenvolle, destruktive Gedanken, die uns ja einfach auch nicht so gut tun oder uns auch blockieren und so weiter und wie gesagt, der König der Schwärter, der kann seinen Verstand so nutzen, wie es auch gedacht ist, nämlich als Hilfsmittel, um Ziele zu erreichen oder um Dinge umzusetzen, ja, weil wir brauchen schon auch den Verstand, man kann ihn nicht komplett ausschalten, dann funktioniert natürlich vieles überhaupt gar nicht mehr, aber ihn eben sinnvoll zu nutzen für das, wofür er eingesetzt werden soll auch und nicht für diese ganzen Gedankenspiralen und das ständige im Kopf sein und alles immer mit dem Kopf und so, nee, du darfst da wirklich lernen, sinnvoll mit den Gedanken, mit dem Verstand umzugehen und dann wirklich auch kluge, weise Entscheidungen zu treffen, ihn zu nutzen, um dein Leben ein Stück weit zu analysieren, also im Sinne von, ja, wie gesagt, was hat dazu geführt, dass ich jetzt hier bin und dann eben zu reflektieren, zu reflektieren, wie geht es jetzt weiter, was mache ich jetzt damit? Schauen wir ins zweite Quartal, da haben wir die neuen Schwerter, also nochmal Schwerterenergie, nochmal viele Gedanken und ja, hier sind wir dann tatsächlich in den Sorgen, Ängste, Albträume mitunter auch, also es ist so diese Karte, wo man nachts nicht schlafen kann, weil sich die Gedanken so drehen und ja, das heißt vielleicht auch da, man kann ja Fortschritte machen, man macht vielleicht Rückschritte, ja, oder Dinge sind ja immer auch in Bewegung, also du kannst hier mit dem König der Schwerter schon gelernt haben, mit deinem Verstand gut umzugehen, dann kommt plötzlich eine Situation, wo dann alles wieder zunichte ist, sozusagen, ja, vielleicht kennst du das, wenn du auch andere Tools benutzt, wie, weiß ich nicht, vielleicht Meditation oder Achtsamkeit und dass du dann eine Phase hast, wo du denkst, jetzt habe ich es raus, ja, ich kann super gelassen bleiben in jeder Situation, auf einmal kommt aber ein großer Trigger und alles ist wieder zunichte, ja, auf einmal explodiert man doch wieder, wird doch wieder wütend und du denkst dich hinterher, ach, verdammt, ich hatte doch da meine Achtsamkeitspraktiken, so, wo waren die jetzt in dem Moment, ne? Genau, und somit kann man natürlich auch hier, ja, eine Phase haben, wo man mit dem Verstand sehr gut arbeiten kann und wo der einen nicht reinfrischt oder so und dann kommt plötzlich doch eine Situation, wo der Verstand wieder so ein bisschen, ja, aus dem Ruder läuft sozusagen und man sich Sorgen macht und dann sich doch wieder in dem Gedankenkarussell verfängt und sich da dreht, ne, in den Gedanken und so weiter. Ja, von daher gibt es dort ein Ereignis im zweiten Quartal irgendwann, ja, was dir einfach Sorgen macht, wo du dann ständig darüber nachdenkst, wo du dich total verfängst wieder in den Gedanken, ja, und dann, ja, schauen darfst, wie kommst du denn da wieder raus und wir schauen mal, ob du das im dritten Quartal geschafft hast. Ah, da haben wir nochmal Schwerter, also das ist, das ist sehr, sehr spannend hier, mal gucken, ob die vierte Karte auch noch in die Schwerter geht und die sechs Schwerter hatte ich eben gerade auch bei den Stieren, ja, also da spiegelt sich auch nochmal was, auch bei dir geht es also darum, eine Entscheidung durchaus zu treffen, etwas zu verändern, ein altes Ufer zu verlassen, hin zu was Neuem, ein Neuanfang durchaus zu machen, ja, vielleicht auch innerhalb der Gedanken einfach, ne, also es kann was Äußeres sein, dass du wirklich im Außen Bewegung hast, dass du irgendwie umziehst, den Job wechselst, die Beziehung hinter dir lässt, ja, kündigst, einfach einen Schlussstrich irgendwo ziehst und dann ins Ungewisse quasi gehst, ja, weil hier weiß man immer nicht, was erwartet mich denn jetzt da auf der anderen Seite, ne, und es kann aber auch in dir passieren, ne, dass du hier merkst, boah, dieser Gedankenkarussell, so dieses, ich mag das nicht mehr, ich will da raus, ne, und hier eine Entscheidung zu treffen, sich da von weg zu bewegen oder aus dieser Situation, die hier raus resultiert, ne, weil, wie gesagt, irgendwas passiert hier, was dir Sorgen macht und wo du eben dir ganz viele Gedanken darüber machst, vielleicht hier auch einfach dann dieser Entscheidung zu sagen, okay, ich beende hier etwas, weil es kostet mich meine Nerven oder meinen Frieden, ja, weil ich denke nur darüber nach, es stresst mich, ich weiß irgendwie, ne, und dann auch zu sagen, hey, okay, ich lasse es hinter mir so, das geht nicht mehr so, das könnte hier auch durchaus sein, ja, also hier eine kraftvolle Entscheidung zu treffen, zu sagen, nee, so, ich komme da, ich kann da meinen Verstand gar nicht zur Ruhe bringen, das ist einfach zu viel für mich und darum packe ich jetzt meine Sachen und gehe oder gewinne erst mal Abstand oder so, ja, also auf jeden Fall weg von dem. Dann schauen wir noch aufs vierte Quartal, da haben wir Münzen, die drei Münzen, ja, die drei Münzen, da geht es darum, an etwas zu arbeiten, etwas aufzubauen, gegebenenfalls auch mit anderen, also wirst du hier wahrscheinlich eine Entscheidung treffen, dich von etwas weg zu bewegen, hin zu eben etwas Neuem und dieses Neue vielleicht auch mit anderen gemeinsam aufzubauen, vielleicht gehst du erst mal in eine Gemeinschaft, in eine Community, gehst in ein Projekt rein mit anderen gemeinsam, wo du was am Aufbauen bist, ja, um auch vielleicht auf andere Gedanken zu kommen, ja, weil bei den Münzen sind wir ja dann im praktischen Bereich, im Materiellen, beim Manifestieren, genau, sich etwas erschaffen, etwas ins Leben holen, an etwas arbeiten, auch seine Fähigkeiten verbessern, seine Skills verbessern, genau, und sich von anderen auch Unterstützung holen, etwas von anderen auch lernen, einfach, ja, gemeinsam hier was aufzubauen und, ja, ich glaube, das wird dir zum Jahresende da einfach auch sehr gut tun. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch haben als Lernaufgabe. die Vollendung. Das letzte Puzzlestück finden, ja, vielleicht hier einfach eine wichtige Erkenntnis gewinnen. Wir haben hier ja sehr viele Gedanken, sehr viele Schwerter, ja, wo es schon das Ziel sein kann, dass du hier einfach auch einen Schlüsselmoment hast, einen Schlüsselgedanken sozusagen, dass dir da was klar wird und bewusst wird. Das kann hier passieren, wo du dann eben auch die Entscheidung triffst, eben zu gehen und etwas Neues zu machen, ja, genau, ja, aber 2025 wird unter dem Motto Vollendung stehen und hier etwas auch abzuschließen vielleicht, ja, es kann auch eine Lernaufgabe sein, sich vielleicht hier auch aus einer Situation rauszubewegen, wo du vielleicht schon länger drinne bist, wo aber jetzt das abgeschlossen werden darf, hier wirklich ein Zyklus sich vollenden darf, ja, so ein Kreislauf, der sich einfach auch schließt. Und dann auch woanders neu anzukommen, neu anzufangen, ja. Schauen wir, was das Ganze blockieren könnte oder was blockiert ist. Selbstbeherrschung. Ja, und ja, vielleicht blockiert dich das eine gewisse Zeit lang, hier wirklich auszubrechen auch, ja, und diesen Neubeginn zu machen oder diesen Abschluss zu tun, dass du festhalten willst, dass du es noch länger aushalten willst, hier zum Beispiel zu sein, ja, wo es so herausfordernd, so stressig ist, so beängstigend, wo du so viele Sorgen hast, so viele Gedanken da sind, die dich aber wirklich auch runterziehen und stressen, ne. Depression kann hier auch ein Thema sein. Und wo du vielleicht eine Weile noch festhältst, obwohl du schon merkst oder irgendwann weißt, hey, ich sollte hier was verändern, ich sollte hier wirklich weggehen, weil es mir eben überhaupt nicht dient und gut tut. Und nach den neuen Schwertern kommen ja auch die Zehnschwerter, wo dann auch quasi alles sowieso zu Ende ist. Und es ist sinnvoll durchaus, vorher die Reißleine zu ziehen. Und das tust du ja hier, du wartest hier nicht, bis die Zehnschwerter kommen und dann gar nichts mehr geht, sondern du sagst hier schon, okay, es reicht und ich gehe, ich mache was anderes, ich treffe hier einfach diese Entscheidung. Und ja, aber am Anfang eben erstmal noch festhalten und sagen, nee, nee, geht schon, ich schaffe das schon, ich halte das schon noch eine Weile aus. Das hindert dich möglicherweise daran, den Schritt noch schneller zu machen, weil du denkst, nee, ich kann das noch eine Weile aushalten. Und dann merkst du aber irgendwann, nee, okay, geht doch nicht mehr. Ja, und genau. Also um diesen Kreislauf abzuschließen und hier diesen Neubeginn zu machen, kommst du quasi nicht drum rum. Wenn du das jetzt schon vorher weißt und dann merkst im Laufe des Jahres, ah ja, stimmt, da war ja was und jetzt versuche ich wirklich, das hier noch länger auszuhalten. Vielleicht kann ich jetzt doch schon, weil ich weiß, es kommt sowieso doch schon früher diese Entscheidung treffen. Ein Potenzial, ein hilfreicher Einfluss des Reisen, ja, die Veränderung, wie gut das auch passt, dass das hier jetzt auch unter den Sechsschwertern liegt, die ja diese Reise schon zeigen, der gepackte Koffer, die Bewegung, der Fortschritt, einfach die Veränderung. Und das ist wirklich etwas, was dich sehr unterstützen wird, diesen Weg zu gehen oder diese Reise zu machen, diese Veränderung in die Wege zu leiten, weil es dich rausholt aus einer sehr schwierigen, unangenehmen Situation einfach. Und darum ist das hier auch der hilfreiche Einfluss, eine Reise zu machen. Und vielleicht ist es auch erst mal nur so für einen Moment, dass du sagst, hier reicht es mir, ich muss einfach mal raus, ja, und dann machst du einfach eine Reise, die erst mal vielleicht zwei Wochen, zwei Monate ist, wie auch immer, landest bei anderen Menschen, ja, lernst erst mal was Neues kennen, machst was anderes, um dann, ja, neue Gedanken auch wieder zu bekommen, ja. Schauen wir, was wünscht sich deine Seele für dich? Wo sollst du dich dann in 2025 hin entwickeln? Führung, Führung anzunehmen, ja, mehr auf die Führung deiner Seele zu vertrauen, mehr erkennen, dass du geführt bist und dich, ja, da wirklich mehr hingeben. Deine Seele wünscht dich, dass du dich viel mehr ihrer Führung anvertraust, weil du nimmst es ja bestimmt schon wahr, ne? Und dann gibt es aber hier diesen Anteil in dir, der sagt, nee, nee, ich halte das schon noch aus, so, ja, ich halte hier fest, ich bleibe hier sitzen und deine Seele sagt die ganze Zeit schon, hey, komm doch, komm doch bitte mit, es gibt einen leichteren Weg für dich, ja, ich möchte dich hier rausholen, du hast hier genug gelitten oder genug dir Gedanken gemacht, so, ja, jetzt ist Zeit für Veränderung, für Bewegung und dich da wirklich mehr einzulassen und da mehr zu vertrauen, dich mehr da hinzugeben, dieser Führung, ja, die du erhältst, das, ja, wird etwas sein, was deine Seele sich einfach wünscht, wo du dann am Ende des Jahres landest, dass du viel mehr in Kontakt bist mit deiner Seele und mehr auf sie hörst. Ein Krafttier für dich, was dich begleitet in 2025, der Hund, ich zeige dir, was wahre Freundschaft ist, ja, ne, was für mich auch passt, so ein Stück weit zu den drei Münzen einfach zu anderen Menschen zu finden, ja, sich wirklich hier irgendwo raus zu befreien, vielleicht hat es auch was mit dem Freundeskreis zu tun oder generell mit Umfeld, mit Menschen, mit Verbindungen, Beziehungen, ja, die dir nicht gut tun, die dir Kopfzerbrechen machen, die dir Zweifel beschüren, Zweifel in dir schüren, wo einfach ganz viel Unsicherheit ist, ja, und dann zu lernen, okay, ich kann mich von solchen Menschen distanzieren oder ich kann hier eben weggehen, aufs Risiko hin, erstmal vielleicht alleine zu sein, aber dann andere Menschen zu finden, ja, wo es viel gemütlicher ist, wo es viel harmonischer ist, die dir was beibringen können, mit denen du gemeinsam lernen kannst, dich weiterentwickeln kannst, vielleicht gemeinsam was aufbauen, wo du dann erstmal siehst, ach Mensch, das ist wahre Freundschaft, so, ja, oder das sind Menschen, auf die ich mich verlassen kann oder so fühlt sich das an, wenn ich ein sicheres Umfeld habe, das darfst du in 2025 erfahren, und eine Edelsteinbotschaft für dich, ein Edelstein, der dich unterstützt und begleitet, ist der Türkis, wenn du schon länger das Gefühl hast, dass du nicht mehr Herr deines eigenen Lebens bist, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um das Ruder wieder selbst in die Hand zu nehmen, du bist der Schöpfer deines Lebens, alles was du hast, alles was ist, hast du erschaffen. Du hast dir dein Leben kreiert und nur du kannst es auch wieder ändern, wenn es dir so nicht mehr gefällt, übernimm die Verantwortung für die nächsten Schritte, und das ist die Gerechtigkeit genau, das ist genau, was die Gerechtigkeit auch sagt, du hast dir das irgendwo erschaffen, kreiert, mit Entscheidungen, die du mal getroffen hast oder nicht getroffen hast, und du kannst es auch wieder ändern, also übernimm die Verantwortung für dein Leben und achte auf die Entscheidungen, die du triffst, triff kluge, weise Entscheidungen für dein Leben, und wenn du in solchen Situationen landest, triff die Entscheidung, du kannst da rausgehen, ja, Eigenverantwortung, du hast dein Leben in der Hand, du hast dich in die Situation irgendwie rein manövriert, kannst dich aber auch wieder rausholen, ja, und du musst nichts aushalten, du musst dich nicht beherrschen, du musst nicht irgendwo stecken bleiben, ja, und irgendwem beweisen, sodass du am längsten in einer unangenehmen Situation bleiben kannst, sondern du darfst da rausgehen, du darfst da rausgehen. In diesem Sinne sind das deine Botschaften, auch sehr herausfordernd, ich hoffe, es unterstützt dich, speichere dir das Video gerne, abschau dann vielleicht gerne öfter nochmal rein, lass die Energien wirken, wenn du dir persönliche Unterstützung wünschst, bin ich natürlich auch gerne da, können wir nochmal ganz persönlich auf deine Energien schauen, also in einem persönlichen Reading, ich habe auch Online-Kurse im Programm, eigene Kartendecks, Kakao-Zeremonien, wo wahrscheinlich im November auch nochmal eine stattfindet, kostenlos und online, da kannst du dich gerne in meinen Kakao-Newsletter eintragen, findest du auf meiner Webseite, der Link ist in der Videobeschreibung oder irgendwo hier im Video auch verlinkt, genau, und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir auf jeden Fall auch gerne ein Abo da, falls du mehr solcher Orakel gerne sehen möchtest und teile das Video natürlich auch gerne mit Menschen, die davon profitieren könnten, also natürlich dann das jeweilige Sternzeichen oder ein anderes meiner Videos, wie auch immer, würde ich mich natürlich auch freuen über deine Unterstützung. Also in diesem Sinne, alles Liebe für dich, dass du gut durch deine Herausforderungen durchkommst und hier ja ein erfolgreiches Jahr für dich verbuchen kannst, im Sinne von, dass du einfach, ja, deine Sachen meisterst und am Ende einfach siehst, ja. Das war ein gutes Jahr, ich habe viel gelernt, ich habe mich weiterentwickelt, ich bin stärker geworden, ich habe kluge Entscheidungen getroffen und konnte endlich etwas Unangenehmes hinter mir lassen und es in etwas Angenehmes verwandeln. Ja, in diesem Sinne, alles Liebe also für dich und bis ganz bald. Alles Liebe, Gott! Absssa